Die Moritat vom Reichstagsbrand Als der Trommler 13 Jahre aller Welt verkündet hat, die Verbrechen der Kommune fand noch immer keines statt. Und die kleinen Trommler grollen, es muss endlich was geschehen. Die Verbrecher, seht sie wollen, die Verbrechen nicht begehen. Eines Tages war noch Winter, blieb man an der Panke-Strand, denn der Führer sagte, in der Luft liegt heut ein Reichstagsbrand. Und an diesem Montagabend stand ein hohes Haus entbrannt. Fürchterlich war das Verbrechen und der Täter unbekannt. Zwar ein Knabe ward gefunden, der nur eine Hose trug. Und den Leinwand eingebunden, der Kommune mit Glitzbuch. Wer hat ihm dies Buch gegeben? Warum stand er hier herum? Die SA, sie stand daneben, und die fragt man nicht, warum. Das Gebäude anzustecken, mussten zwölf gewesen sein. Denn es brannte an zwölf Ecken und war hauptsächlich aus Stein. Mittendrin in den zwölf Bränden standen zwölf von der SA. Wiesen mit geschwärzten Händen auf den schwachen Knaben da. Und so warteten durch den Führer die Verschwörung aufgedeckt. Freilich, was noch alles aufkam, hat so manchen doch erschreckt. In dem Haus, wo die Verschwörung unbedingt hindurchgemusst, wohnte ein gewisser Görung, der von allem nichts gewusst. Er gab allen Wächtern Urlaub, war des Reichstags Präsident. Und war gerade nicht zu Hause, als er hört, der Reichstag brennt. Warum gabst du deinen Wächtern heute Urlaub, Präsident? Heute ist doch gerade der Montag, wo dein ganzer Reichstag brennt. Könnte man ihn so verhören, fiel ihm wohl die Antwort schwer. Doch man kann ihn nicht verhören, denn verhören, das tut er. Er verhört nicht Hermann Göring, so erfährt er nicht, was war. Und was unwahr ist und schließt raus, der Kommune schuldzeit klar. Und noch ehe die Nacht vergangen, diesem blutgen Februar, war zerschossen und gefangen, was ein Feind des Hitler war. Als zu Rom der Kaiser Nero dürstete nach Christenblut, Setzte er sein Rom in Flammen und es sank in Asch und Glut. So bewies der Kaiser Nero, dass die Christen Schurken sind. Ein gewisser Herbert Göring, lernte das als kleines Kind. Zu Berlin im Jahre 19114, 30 Stamm, Dann an einem Montagabend des letzten Reichstags aus Entbrannt, Der, die sang, hieß Oberforen, und der wurde nicht mehr alt. Als der Welt es kam zu Ohren, hat man schnell ihn abgeknallt. Als der Welt es kam zu Ohren, hat man schnell ihn abgeknallt. Wie wird esいい, Herr Slam?